ach ja ich gebe das spiel auf ich spiel nicht mehr du kannst jetzt durchspielen ich hab jetzt keinen bock mehr das spiel mobbt mich doch hier ich mal jetzt hier weißt du du wirst immer gemobbt also ich mal jetzt hier ja aber das spiel ich mal jetzt das flash shooter hier aus mann ich will doch ich will einfach nicht mehr spielen ich will einfach nur beenden ich habe jetzt schon ich glaube der tagt irgendwie so oft wenn du aus dem bild rennst oder wenn du das bild wieder so wechselst das klappt immer ne ja 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 das schlimme ist ja ein bleistift aber ich habe keine spitze denn 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 dünn 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 hey ich darf ich habe das schon wieder nicht so redest dann schaffst du doch nicht ne jetzt habe ich halt so im ruin ruin du arschkowold dass er so schnell anziehen die spaß die ich will erst mir nicht auf den sack geht er so irgendwie mittig immer bleiben jetzt kommt wieder vorne und auch nicht jetzt hat man nicht immer dann wenn er aufgerecht hat so bist aber da schießt doch jetzt geschafft wird auch zeit schießt doch ich meine ja klatsch krupp 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 wie gemein boah hab er da krupp 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 du musst drücken nee kann nichts machen drücken nein nein oder selber und die leute die das lesen wollen können das selber lesen die lesen das bestimmt nicht vor ehrlich nicht schlecht ne hehehe nur alle creme münzen und die verlorene welt ja komplett gespielt sicher woher noch nicht mal drin waren Ich habe voll wenig, glaube ich, gefunden Ja, glaube ich auch Du hast mehr gefunden, glaube ich Schauen wir mal Aber wir haben ja auch nie gesagt, dass wir komplett alles 100% haben Nein, also 100%, das kannst du nur in Ruhe spielen Das stimmt 7 Ja, vor allem Mario, 39, ne? Ja Ja, und Link, ne? Ja, 19 Voll die Werbung für die Charakter Aber ist halt so, ne? Ja Das hat so zwei Nintendo Klassiker Auf eins und zwei sind Und dann erst drei Link Obwohl Link gar nicht so richtig zu erkennen ist Wenn du es nicht weißt Aber jeder kennt Link Ja Ja, also Zerbe nicht Oh, Cast of Characters Und jetzt kommt natürlich das Die Credits wieder Ja, und das Beste Nick Nick, Nick, Nick Klick, klick Klick, klack Ja, klick, klack Klick, klack Ja, so wie du, ne? Cat und Nine Tails Ja, oh, Zendus endlich Ich kann das jetzt doppelt sehen durch mein Handy Okay Da hast du einen Spiegel Wenn ich jetzt in die Cambox Ach ja Ja, der alte scheiß Papagei Reach Ja, Papagei run Boah, eigentlich Das Sam Hast du grad Hast du das Wort mit F gesagt? Und Otzen? Ne Okay Puff Ja, wollte ich eigentlich Suck, Joe Suck, Joe Jetzt haben wir die ganzen Dinos Ja Klomp 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 Ja, wo die nervigsten Ja Haha, Zendus seine Freunde Die gingen eigentlich Ja, das sind dort die Springer Ja, aber trotzdem gingen die Haha, der Po Aber ich bin ja nicht so wie Flash Und zack, dass du zählst Einfach so ganz alleine mal durch Und sprang das dann nicht wieder anzuspielen Ja Das ist der Sinn dahinter Das ist eigentlich nicht der Sinn dazu Ich weiß den dritten Teil nicht mehr Also ganz ehrlich Da wüsste ich nichts mehr jetzt Ja, aber wir lassen jetzt Pause Das ist mal dazwischen Bevor wir nicht dritten werden Ja Kloak Fangen wir was an Kloak Kloak Machen wir das dann so mit Na warte erst Erstmal Ruhe Erstmal Ruhe antun 684, mein ich Aber ich nehm fast Wir gucken jetzt Wenn die Quedits hier an Er will nichts versprechen hier am Ende Woher ein Asyl Na, weil ich genau weiß, dass es entweder funktioniert oder nicht funktioniert Sollte aber funktionieren eigentlich Sonst kommt Klopper Du brauchst nochmal aber nur die Richtige Den hat Centrus auch geschafft Ach ja, Centrus Aber du ja auch Hast auch viel zu lange gebraucht Bei dem Den kennt Centrus auch noch Aber jetzt den nächsten nicht mehr Aber den hab ich recht schnell geschafft King singen Nö, zu der bin ich nicht gekommen Jetzt kommt Kloak Ich glaube ich noch mit der Papagei Ah ne Hö Jaja Der eine war ja der Geistpapagei Der Geistpapagei Deine Oma Papagei Der kam ja noch danach Was denn? Ein Geier? Ja Ein Geier ohne Geier Ein Kurado Ja Pütscher Boah, der scheißpapagei Den gab's nur einmal, den Klimmer Da war's? Ja, in dem Tauchlevel Ach ja In dem Blendelevel Genau, in dem Blendelevel Funky Da warst du einmal Ja, einmal Ich glaube zu Anfang Weil ich keinen Bock mehr hatte Nee, beim ersten und beim zweiten Mini reingegangen Und da war Hatt ich keinen Bock mehr Funky Ach die alte Omi Ja Omi Omi Der Superstock, Mann Cranky Nein, das ist ein Doppelstock, Opa Cranky Cranky Err, err Ja, der fliegt da so durchs Bild, ne? Ja, beste Szene von dem Dixi Oder Was hat Dixi gesagt? Ich hab auch Dixi gesagt Und du hast Gemacht Ja Das sind meine Kelly im Schwede Man hat vor den Gwinsfing gesehen Ach ja Kann man das jetzt irgendwie überspringen hier oder so? Können wir ja eh nicht Nee Oder Kann ich hier nicht Hallo Lars Tut mir leid Die Credits gehören zum Ende dazu Ja, die halten aber gleich eine ganze Folge auf Ja und? Meistens so, weißt du doch Hintergründe, ja, Hintergründe Sind es, welche Hintergründe hast du bei diesem Spiel gehabt? Gar keine Warte, warte mal, du bist jetzt Eins, zwei, drei Viertes Level warst du Bin ich ja schon stolz auf dich Was glaube ich beim Einser auch Da warst du im Schnee Level Ja Das ist auch das vierte Ja Biba Dann die alte Klopftante Dann kommt der Biba Nee, was kommt denn danach Ey, wie bin ich voll schlecht in den Spielen Von Donkey Kong Nee Schlecht ist man da nicht Man kann's oder man kann's nicht Schlecht würde ich nicht sagen Gut oder besser Aber ich war mittel Ach, ist jetzt bei beiden Ja, bei beiden auch so viel geschafft Du hast den Biene Und dann kam halt der Schnee Level Ja Und hier bist du halt jetzt Bei der Biene hängen geblieben Ich werde jetzt auch nicht so müde Besonderer Dank Auch an mich Warum nicht an mich? Hallo Weil du behindert bist Darum Hm Schade Ich dachte so ein besonderer Dank Aber mich wäre auch schön Nö Ach, kacke Ach, wer Keine Verzögerung So in der Aufnahme Ne, warum denn? So in der Hunde Warum sollte das denn? Erkläre mir das doch mal Dass die Aufnahme ein bisschen weiter zurückliegen Doch mal Nein, 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 nein Gott, sofort Mein Arm ist weg, Hilfe Ich habe keinen Arm mehr Tendo ist peinat Na, die machen wirklich ja müde Ach komm Ja, ab für das Ja, genau Nintendo Jetzt habe ich nur noch Woll Du machst wieder nur Faxen mit dem Greenscheme Die End Die End Die End Bevor ich ja eigentlich schlafe bei den Quillets Bis Ende Die Kamera kann schon weiter oben Centus, das Ende ist da Ich muss aber mal den Sound eben leiser stellen Was war noch so laut? Ja, ich muss das ja Ich glaube, jetzt kann sie weghalten Ja, kann ich glaube ich auch Oh, erstmal wieder Gemütlicher hinsetzen Ja Ne, ich muss erstmal Ja Wie soll ein bestimmtes Spielemenü? Hä? Hä? Mach dich, die Konsole, dass ich mich nur demüde Hä? Hä? Hä, mal Ich verweise es nicht Keine Ahnung Was das sein soll Na ja nicht, ne? Aber da im Menü Ja, aber hier kann ich Wie oft soll ich denn da unten runterdrücken? Hm? Mach doch Drücke ich doch Hier Hier vielleicht? Ah, äh Cheat Mode Was? Äh Musik Test Cheat Mode Das kenne ich ja gar nicht Okay Ja, wo ich es wahrscheinlich nie gelesen habe Nö Wahrscheinlich hat er aber den Körnig schon ausgeschaltet Ja Cheat Mode Was möchtest du? Musik Test Mach doch Oder Ruf des Waldes Ich sende Mein Team Ah, okay Geh mal runter Mach mal Cheat Okay, wir machen nochmal den Cheat Mode Geht nicht Ne, kann ich nicht Okay Hm Wahrscheinlich als Gag Ja, glaube ich auch Das ist so Na gut, Leute, aber Jo Damit wir mal sagen Wir bedanken uns fürs zugucken Die Leute, die wirklich dabei geblieben sind Ne, Flash? Ja War doch klar Das ist immer selbstverständlich auch schön Ja Von Anfang bis Ende Wie gesagt Damit wir mal sagen Wir sehen uns für die Leute, die nur Donkey Kong Schauen wollen Bei dem dritten Teil Und für die anderen Leute Bei unseren anderen ganzen Let's Plays Bis dann Ciao, ciao Tschüss Und auf Wiedersehen Wink Winke, winke Wink, wink, zentos, wink noch Tschö Hab ich schon Bis zum nächsten Mal Tschö Tschö